Ja, Pizzeria Bella Pistazie. Wollt ihr nur sagen, Pizza kommt etwas später? Lecker. Ich hatte aber gar keine Pizza bestellt, sondern Plinis. Ja. Wann kommen die Plinis? Sie hatten bestellt dreimal Pizza, Camorra mit Schinke, Salami, Fiesmuscheln, Schrumpfkopf und Mozzarella. Wir essen nur russisch scharf. Plinis. Das ist sehr schade. Aber was hatten Sie bestellt für Pizza? Margarita? Gar keine Pizza, sondern Plinis. Russisch Plinis. Sie hatten überhaupt nicht bestellt. Nee, Pizza esse ich nicht. Das kann ich nicht sein. Wer hatte denn dann bestellt? Äh, wer hat sie bestellt? Der junge Mann, vielleicht der Rembrandt? Nein. Wie? Wer hat bestellt? Ich weiß es nicht. Der Alberto hatte keinen Namen und keine Adresse hinterlassen. Aber er ist ja bald da. Nein, ich esse keine Pizza. Ich hab's mit dem Magen. Ich hab die große Scheißerei. Ja, Alberto hat der Auftrag selbst entgegengenommen. Ja, aber Scheißerei. Oh, Vorschlag. Sie kaufen zwei Pizza zum Preis von drei Pizza. So hat jeder Gewinn. Ja. Sie haben nicht verstanden. Ich Scheißerei heute. Wer soll Pizza essen? Nein. Dann, wir geben Pizza ab bei den Nachbarn und sagen Geschenk von Nachbarn. Sollen wir so machen? Geschenk heißt aber, Sie schenken Nachbarn. Nein. Ich habe Scheißeerei. Ich kann überhaupt keine Türe aufmachen. Wenn ihr sie nicht bestellt hattet, dann kriegen Sie auch keine Pizza, ja? Sehr gut. Bitte keine Pizza heute. Das ist sehr schade. Aber was hat denn Sie bestellt für Pizza? Margarita. Keine Ahnung. Ich kotze heute schon. Sie hat denn überhaupt nicht bestellt? Nee. Nichts. Ich kann gar nicht an Pizza denken. Ich muss kotzen. Wenn ich Pizza höre. Ah, das kann ich nicht sein. Wer hat denn dann bestellt? Nein. Mir ist es übel. Dann bitte in Zukunft erst überlegen, dann bestellen, ja? Ich habe es nicht bestellt. Hallo Jens. Dann, wir geben Pizza ab bei den Nachbarn und sagen Geschenk von Nachbarn. Sollen wir so machen? Geschenk von Nachbarn heißt, Nachbarn schenkt mir Pizza. Nein. Ich kann keine Pizza essen. Geschenk Nachbar ist Geschenk an mich. Du verstehen? Nein. Geschenk Nachbar. Nachbar schenkt mir. Aber ich kann heute nicht essen Pizza. Ja. Ja. Ist das richtig? Aber bitte Pizza nach Köln im oder am Ehrenfeld. Was weiß ich? Ehrenfeldgürtel. Ich habe einen Schwiegersohn, der essen so gerne Pizza. Bitte nach Köln. Ja. Ich mache das Geschenk. Ja. Alles klar? Gut. Vielen Dank und Arrivederci. Ja, Arrivederci. Dann bitte in Zukunft erst überlegen, dann bestellen, ja? Ach nee, das passt jetzt gar nicht. Ich bin so. Ciao. Arrivederci. Jens, gib dich zu erkennen, du Hund. Du Hund. Nein. Geht das jetzt immer weiter so? Nein. Ja. Kann ich jetzt aufs Klo? Nein. Ja. Ja. Klo. Nein. Bitte Klo. Nein. Dann ich scheiße im Katzenklo. Ja. Katzenklo, Katzenklo. Ja. Ich gehe in das Katzenklo, Katzenklo. Ja. 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 Sind sie hier noch dran? Ja. Ich habe viel Spaß mit dem Pizza-Besteller. Ja. Mit dem Pizza-Macher. Ja. Ja. Gut. Vielen Dank und Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci, Arrivederci, Hans. Das war der schönste Tant. Arrivederci. Arrivederci, Hans. Dann bitte in Zukunft erst überlegen, dann bestellen, ja? Von Tina und Marina, die warten schon lang auf dich. Zwei kleine Italiener, die sind so allein. Eine Reise... Hallo? Arrivederci. Arrivederci, Hans. Das war der schönste Tanz. Dann bitte in Zukunft erst überlegen, dann bestellen, ja? Mille Grazie. Zwei kleine Italiener, die träumen von Napoli, von Pizza und Marina. Nein. Die warten schon lang auf dich. Zwei kleine Italiener, die... Drei kleine Italiener, die sie schadowserli, von denen du siehst, Frau, was im Guten Tag ist Tauber. Wir wollen zumal.